Wir bei Caesarstone schauen auf eine langjährige Erfahrung in der Quarzoberflächenherstellung zurück. 1987 waren wir die ersten, die diese Oberflächen entwickelt haben und seitdem präsentieren wir ihnen fantastische, hoch innovative Produkte. Jede unserer Caesarstone-Platten besteht zu mehr als 90 Prozent aus Quarz, eines der härtesten Minerale der Natur. Wie stellen wir also diese Oberflächen her? Zuerst mischen wir die ausgewähltesten Quarzkristalle mit Polymergranulat und Pigmenten. Diese Mischung wird dann in eine Form gegeben, in der sie unter starkem Druck verdichtet wird. Ein Spezialofen erhitzt die Platte auf eine hohe Temperatur. Danach wird diese kalibriert und geschliffen, um vorbereitet zu sein für drei hervorragende Oberflächen, poliert, viento und geschliffen. Jede Platte ist robust, nicht porös, hitzebeständig und widerstandsfähig gegen Flecken und Kratzer. Jede einzelne wird von einem Mitglied unseres Teams geprüft. Mit diesem Rohstoff der Natur gehen wir auf kreative Weise um. Unsere Designer experimentieren mit allen Farbmustern und Texturen, die sie sich vorstellen können. Darum setzen unsere Oberflächen weltweit die bedeutendsten Trends. Für jeden gibt es die passende Caesarstone-Kollektion. Classico, eine vielfältige, klassische Farbkollektion. Supremo, einzigartige Oberflächen, mit denen sie den normalen entrinnen. Luxus Conchetto, die Kollektion der Halbedelsteine, die sie glänzen lassen wird. Und Motivo, bei der eine einzigartige Technik zum Einsatz kommt, um aufregende Muster herzustellen. Für jeden individuellen Stil und jedes Budget gibt es den passenden Caesarstone. Warum bereits bei der Küchenarbeitsplatte aufhören? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Badezimmer, Wandverkleidungen, Möbel, ein ganzer Raum. Wenn Sie es sicher träumen können, können wir es realisieren. Sie finden uns in mehr als 40 Ländern. Sie sehen unsere Designs auf jedem Kontinent, jeder Kultur, sowohl in kommerziellen Produkten wie den Microsoft-Büros in Shanghai, dem WM-Stadion von 2010 in Südafrika und dem MGM Grand Hotel in Las Vegas, als auch in Millionen von Häusern von Los Angeles bis nach Sydney und Singapur. Wir sind stolz auf die globalen Partnerschaften, die wir aufgebaut haben. Wo auch immer Sie leben, wir bieten Ihnen Weltklasse-Produkte und hervorragenden Service. Vollkommen abgesichert mit umfassender Garantie. Nach all den Jahren setzen wir noch immer den Standard für die gesamte Branche der Quarzoberflächen. Nur wir verwandeln Quarzkörner in etwas Unglaubliches. Eine Caesarstone-Oberfläche. Caesarstone. Made for Amazing.